So, jetzt ist es kurz noch. Erstmal Kaffee, Kippe, Kacken und dann geht es an die 88 Stunden, meine Freunde. Wir ziehen es durch. Der Corby ist verrückt, aber wir ziehen es durch. Guten Morgen aus dem Land der Boogaloo. Siehst du aus, als würde ich dich gerade träumen. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Bis zum nächsten Mal.